Musik Meine Unterschrift als Erinnerung an deine Mammografie Meine Unterschrift für Pink Ribbon, die Aktion der österreichischen Krebshilfe Mir ist meine Gesundheit wichtig, nicht nur für den Leistungssport Als ÖFB-Botschafterin und als langjährige Pink Ribbon-Botschafterin freue ich mich ganz besonders mit der Frauennationalmannschaft ein Zeichen zu setzen Wir appellieren heute an alle, geht zur Vorsorge Jedes Jahr erkranken in Österreich über 5.500 Frauen und Männer an Brustkrebs Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch alle untersuchen lasst Also unterstützt uns bitte in diesem Kampf Dankeschön Aus Liebe zum Leben, gemeinsam gegen Brustkrebs